Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm. Heute präsentieren wir euch den neuen Steuerwagen von Brava. Und zwar, ich kann es gleich vorweg nehmen, der Steuerwagen von Brava passt hervorragend zu den N-Wagen von Pico. Das war sehr gut für uns. Wir präsentieren diesen Wagen jetzt in einem Zugverband mit einem N-Zug und einer Baurei 218. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Das war sehr gut für uns. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ciao.